Hallo liebe Azubis, mein Name ist Nadine Bentley und ich heiße euch hiermit herzlich willkommen zu meinem Podcast, speziell für Kaufleute für Büromanagement. In diesem Podcast behandeln wir allgemeine, aber auch prüfungsrelevante Themen und gehen zusätzlich auf eure individuellen Themen und Fragen ein. Mich würde es sehr freuen, wenn wir diesen Podcast gemeinsam dynamisch gestalten, um ihn hilfreich für euch zu machen. Er wurde von mir ins Leben gerufen, um euch sowohl vor und während der Ausbildung, aber auch im Bereich der Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Wenn ihr also Fragen oder Themenwünsche habt, lasst es mich gerne wissen und wir sprechen in einer der nächsten Folgen darüber. Schaut hierzu gerne auf der Instagram-Seite youngstar-ug vorbei und schreibt mir dort eine DM oder meldet euch per WhatsApp unter 0160 937 50 967. Ich freue mich auf euch!